Hallihallo Hallöchen liebe Rambazamba TV Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Videoaktionsziel seid. Wir haben jetzt wieder jede Menge Deals am Start. Meine Damen, meine Herren, oben und hinten vorne klicken, wenn ihr den Deal wollt. Es wird immer wieder gefragt, wo kriege ich denn den Deal her? Unter www.rambazamba-deal.de oder in unserer App mit einem Klick, da geht es am einfachsten. Auch heute haben wir wieder ein mega Deal am Start. Ich habe hier übrigens die Preiskeule am Start. Die gibt es übrigens dazu bei dem Deal. Kostenlos. Um die 5 Euro gibt es geschenkt. Wir haben eine Alarmanlage. Jetzt will jeder Sicherheit haben. Und zwar haben wir eine portable Alarmanlage mit Fernbedienung, mit allem drum und dran. Ich habe die mal ausgepackt hier von Easymax. Seen on TV, kennst du. So eine Alarmanlage stellst du zum Beispiel an die Balkontür, Terrassentür, an die Eingangstür, Kellertür. Dein Schüppchen, das du draußen im Garten hast oder sonst wie. Einfach zu aktivieren und wenn dann irgendjemand reindappt, dann ist das Ding mit 105 Dezibel mega 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 laut. Mit Fernbedienung kann man das schön aktivieren und wieder deaktivieren. Wir haben gesagt, so ein Teil gibt es draußen für um die 12, 14 Euro. 15 Euro hat es normal gekostet im Discount. Sagen wir, wir machen eine, wir machen zwei und wir packen eine dritte, die haben wir jetzt ausgepackt, aber sie kriegen natürlich noch original verpackte, eine dritte dazu. Bei dem ganzen Teil ist natürlich noch Montagematerial. Man kann das Teil an die Wand schrauben, an die Decke schrauben, wie auch immer. Das ist alles mit dabei und das sind drei Teile. Da bist du ja schon bei 45 Euro ungefähr. Dann kommt noch dazu, auch mit Alarm und mit anderen Funktionen, so einen schönen Schrittzähler. Der kostet um die 10 Euro, den packen wir auch noch dabei und die Vata Taschenlampe mit den Batterien mit dabei. Man kann es kaum glauben, kostet auch um die 10 Euro. Wir haben unten extra Screenshots, die wir da mit dabei posten. Das heißt, ein Wert von 50 Euro und wir haben gesagt, wir machen 22,22 Euro. Wichtig ist, bei jeder von diesen Dingern sind immer zwei Fernbedienungen dabei. Weil es kann ja mal sein, man hat ein Auto, die Frau hat eine, Mann braucht eine, Batterien sind hier schon mit drin in den Fernbedienungen. Und dann hat man gleich immer in jedem Teil zwei Fernbedienungen. Und wie gesagt, die Preiskeule oder wenn dann eine eingebrochen hat, kann man dem einen überziehen. Okay? Oben, unten, hinten, vorne klicken. Wir haben rund 100 Deals. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Jetzt bestellen. Ciao!